Ich hoffe, ich bin froh, Sam. Darum begreift ihr nicht, dass ihr einen Helden wie mich nicht schlagen könnt. Solch mutige Worte, mein Geliebter. Ich hoffe, er mag mich auch. Wohin denkst du, damit zu gehen? Nein, warte. Ah! Der Spieler wird mir gehören. Und nur mir. Ich muss etwas tun, bevor es zu spät ist. Hey, du hast mein Haus erstört. Und deine Knochen als nächstes. Ist ungut. Beeindruckend, wie viele Batterien ich bisher eingebaut habe. Und wer bist du eigentlich? Oh, hi. Das ist nah genug. Warte. Ich werde dir nichts tun. Ich finde dich wirklich hübsch. Nun, vielen Dank. Die Kritters fürchten sich vor dir. Ich habe keine Chance gegen sie. Hast du noch mehr Batterien gesehen? Keine Ahnung, wo man sie finden kann. Das ist es. Ich kann ihm die Batterien bringen, die er immer braucht. Vielleicht kann ich etwas tun, um sie zu stehlen. Wir sind echt gut darin, die Batterie zu beschützen. Ja, das sah ich dir. Hä? Wo ist sie hin? Das ist deine schon. Pass auf, was du sagst, Hund. Du bist das Problem hier. Was hast du gesagt? Das habe ich noch nie gesehen. Wirklich ekelhaft, wie sie sich hier um diese Objekte kümmern. Vorsicht. Ich habe nur eine Chance. Autsch. Es hat sich total gelohnt. Jetzt muss ich hier weg, bevor mich eine dieser gefährlichen Fallen erwischt. Kraft, ich liebe dich. Wenn hier etwas stief geht, muss ich bereit sein, mich dem Schlimmsten zu stellen. Kein einziges Wort wird dieses kleine Kätzchen aufwecken. Ich habe es. Jetzt muss ich leise gehen und... Nein, unmöglich. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Ich bin erledigt. Moment mal. Er träumt noch. Super. Oh. Was? Ich bin eingeschlafen, während ich es bewacht habe. Was machst du hier? Auf Wiedersehen. Wo denkst du, dass du hingehst? So weit wie möglich weg von dir. Nicht so lange ich da bin. Kettner, bitte. Tu mir nichts. Genieße deinen letzten Atemzug, solange du gerade... Kettner! Das reicht. Geht es dir gut, Mist? Ich werde ihn loswerden. Nein, schieß nicht auf mich. Du solltest vorsichtiger sein. Zum Glück konnte ich ihn verscheuchen. Nein, bitte. Tut mir nichts. Keine Sorge. Ich bin hier. Hast du mir geholfen? Ich und meine coolen Greifarme. Ich kann es nicht glauben. Spieler hat mich gerettet. Ich habe etwas für dich geholfen. Meinst du das gerade ernst? Mach dir keine Sorgen. Ich habe noch einen anderen. Nicht diesen. Auch nicht diesen. Oh Mann, ich bin so in Versage. Was ist mit den Batterien passiert? Du hast es immerhin versucht. Was ist das? Was ist das? Hier drüben, Spieler. Hier hast du alles, was du brauchst. Drei volle Batterien. Heiliger Strohsack. Nein, Spieler, komm zurück. Dankeschön. Die hast du dir verdient. Wie hast du die so einfach bekommen? An dich zu denken gab mir die Kraft. Ich kann das nicht mehr ertragen. Wie grausam kannst du da sein? Was ist denn mit dir auf einmal? Sie ist verrückt. Alles läuft schief für mich. Ernsthaft? Ich liebe Liebesgeschichten. Ich habe alles gehört. Deshalb habe ich einen Plan gemacht. Spieler, kann sie dir helfen? Meinst du das ernst? Ja, aber ich bräuchte etwas im Austausch. Okay, in Ordnung. Viel Vergnügen, kleines Kätzchen. Danke, meine Dame. Ich schwöre, es wird sich am Ende lohnen. Das verspreche ich. Also, hör gut zu. Okay, das ist clever. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Lass uns schnell machen. Okay, nur noch ein paar. Herr Heiliger Strohsack. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ich bin froh, dich zu helfen. Ich bin froh, ich bin froh, Misty Light. Danke. Ich glaube nicht, er wartet, von Ihnen überfallen zu werden. Geht es dir gut, Spieler? Ja, aber ist da noch einer? Er ist immer noch da. Gut gespielt. Ich habe vergessen, was ich dran lasse. Zu spät, kleiner Kerl. Ich gebe dir Rückdeckung, Spieler. Kuntlet, nein! Das passiert, wenn ihr... Hör damit auf! Das ist meine Chance. Schnell weg hier. Warum hast du ihn verteidigt? Warte, hast du etwa einen Deal mit ihm? Warte, nun, vielleicht... Oh Mann, hast du wirklich gedacht, dass das funktionieren würde? Wie wäre folgendes? Spieler, wer ist tübscher? Das solltet ihr unter euch ausmachen. Komm schon, wir wissen bereits die Antwort. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wähl mich. Du wirst ihn selbst entscheiden. Entschuldigung, aber es stimmt, dass du etwas mitgenommen aussiehst. Nicht böse gemeint. Nimm das. Das ist nicht meine Schuld, so zu sein. Wie argselig. Mädels, bitte hört auf zu kämpfen. Da ist mir das Herz gebrochen. Entschuldigung. Hümmere dich nicht um sie. Lass mich los. Wir können für immer zusammen sein. Oh, ich mag diese Idee nicht. Bleib weg von mir, okay? Komm her. Ich werde dir nur etwas Liebe geben. Nein, nein, danke. Ganz bestimmt nicht. Sie ist schnell. Ich muss einen Weg finden, sie endgültig loszuwerden. Oh, bist du mein Geliebter? Ich dachte, ich müsste gegen sie kämpfen. Nicht so schnell, Hübscher. Was machst du? Ich liebe es, Leute zu erledigen und du wirst mein erstes Opfer sein. Finger weg von ihm. Zeit, tschüss zu sagen. Nicht, wenn ich etwas dagegen tun kann. Nein. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Spieler will nicht mit dir zusammen sein. Jetzt, wo ich mich erinnere. Weißt du noch, als Catnab dich in die Ängel getrieben hat und du fast erledigt worden wärst? Nun, das war ich in Verkleidung. Damals habe ich deine Batterien gestohlen. Wie kannst du es wagen? Ich habe nichts von dir. Nein, Moment mal, das reicht jetzt. Oh, heiliger Strohsack, das war wohl etwas zu spät. Es tut mir leid, dass ich alles ruiniert habe. Ich wurde von der Besten die Leid von allem gerettet. Wunderschöne Worte, danke. Endlich haben wir etwas gegeben. Es hat sich gelohnt. Leute, heute ist Ostern. Ich biete euch an, all die Eier zu finden, die ich in diesem Gebiet versteckt habe. Der Gewinner bekommt kostenlose Burger. Das klingt unglaublich. Ich werde sie alle finden. Nicht, solange ich da bin. Genug geplaudert. Lass das Turnier beginnen. Keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Ich weiß, ich habe eins gesehen. Ich werde gewinnen. Egal, was passiert. Hat mich mein Geruchssinn im Stich gelassen? Es lag richtig, ja. Ich muss mich beeilen, bevor es jemand anderes sieht. Fast. Ich habe es zuerst gesehen, Hund. Meins. Dafür wirst du bezahlen. Ist das noch eins? Toll, ich werde es bekommen, bevor es zu spät ist. Meine Chancen zu gewinnen steigen immer weiter. Oh, verdammt. Wieder zu langsam. Wie unglücklich ist das alles? Moment mal. Ja, das gehört mir. Niemand kann es mir wegnehmen. Yeah, ich habe es. Endlich habe ich ein Ei. Niemand nimmt... Ich habe es vermasselt. Schau dich an. Bist du neidisch auf meinen Erfolg? Auf keinen Fall. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Mach weiter, so Schoßhund. Du bist so verdammt unhöflich, Catnap. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich werde diese Eier kriegen. Egal, was es kostet. Niemand kann meine Entschlossenheit schlagen. Ich glaube nicht. Gibt es hier ein Ei? Gibt es hier ein Ei? Was tust du da? Natürlich nicht. Alles scheint wirklich verloren zu sein. Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben, aber ich bin sehr verloren. Moment mal. Ist das, was ich denke, dass es ist? Gut. Ich wusste, dass ich nicht aufgeben sollte. Hoffnung ist das Letzte, was man verliert. Hey, Doc Day. Wie geht es dir? Wie läuft deine Suche? Ich kann es nicht glauben, aber ich habe eins gefunden. Das ist kein Ei. Das ist ein Stein. Wovon redest du da? Ich meine das ernst. Schau es dir einfach mal an. Ich wurde vom Druck, eins zu finden, geblendet. Ich habe keins. Oh, keine Sorge. Ich kann dir eins geben. Meinst du das ernst? Danke. Das hast du verdient, Doc. Ich kann es gar nicht glauben. Du bist mein bester Freund. Vielen Dank. Und du auch meiner. Du bist die Beste. Kannst du mir helfen, eines zu erreichen, das ich gesehen habe? Betrachte, es ist erledigt. Los geht's. Los geht's. Und da ist es. Okay, überlass das mir, Bobby. In Ordnung. Da hast du es. Ich dachte, ich würde es nie schaffen. Das weiß ich zu schätzen. Ich brauche mehr Eier. Ah, bingo. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Es werden mich niemals verdächtigen. Gut gemacht. Moment mal. Mein Korb ist doch nicht leer, oder? Jemand hat alle meine Eier gestohlen. Das darf nicht wahr sein. Warum nur? Keine Sorge, Bobby. Ich werde das lösen. Bleib hier, während ich nach ihnen suche. Hä? Wohin gehst du? Meine gekochten Eier werden perfekt sein. Oh, was haben wir hier? Eine Menge Eier. Ich glaube, ich habe einen ausgezeichneten Plan. Ich brauche nur Wasser, Eier und... Ich hoffe, sie wird sich davon nicht gestört fühlen. Das wird Bobby glücklich. Alles ist dann bereit. Was? Jemand hat sie gestohlen. Das war dieser Hund, oder? Ich muss in einem anderen Leben Künstler gewesen sein. Ich kann es kaum erwarten, die Bobby zu geben. Sie verdient es. Du Dieb! Oh nein. Ich wusste, dass du es warst, Doktor. Und du wirst dafür bezahlen. Ich kann das erklären. Moment mal. Denkst du wirklich, ich werde die Worte einer Ratte hören? Überlege es dir zweimal. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, du kleiner Dieb. Ich gewinne. Gut gemacht. Lass mich dir alle geben. Hilfe! Was? Natürlich. Ich werde es nicht erledigen. Ihr Handwohlverdient, Hund. Er ist in Gefahr. Worauf wartest du? Gib mir die Eier und du wirst der Sieger sein. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich in ihren Händen mein Ende finde. Oh mein Gott, ist das wie es endet. Gnette, das ist eine weitere Stunde der Freude. Oh, wer wirft mir hier Eier in den Kopf? Was für ein Osterwitt soll das sein? Weg von Darknet, Psycho! Lass ihn in Ruhe! Lass meinen Freund nicht ein! Das reicht jetzt! Du bist der Verräter hier! Seid ihr alle gegen mich? Nach allem, was ich für euch getan habe? Ich bin hier weg! Ich hatte Glück, dass all meine Freunde hier waren, um mich zu retten. Sogar du, Kettne! Deshalb sind wir schließlich Freunde. Geht's dir gut? Natürlich. Ich wurde von Misty Light gejagt, weil ich hier diese Eier gestohlen habe, um sie Bobby zu geben, nachdem jemand ihre Eier gestohlen hatte. Ich hab sie gestohlen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und das war mies. Es tut mir leid. Und ich vergebe dir. Das bedeutet, wir sind alle Gewinner. Kastenlose Burger für all unsere Freunde. Wir haben es alle verdient. Oh, 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 oh. Nein, warte, was machst du? Lass mich los! Oh nein! Das ist so langweilig. Hey, Spiele! Verschwinde! Wagt dich nicht, mich anzufassen! Nein, warte! Nein, warte! Das musst du bereuen! Los geht's! Ich hole dich raus aus diesem Fessel! Warte mal! Ich bin doch immer hier! Lass mich! Ah! Wir haben es geschafft! Ich habe es geschafft, ey! Keine Sorge, ich kann uns vor Ihnen verteidigen! Mit diesem Schicksal hört das nicht falsch an! Das ist ein Fass drauf! Ihr werdet das für bezahlen! Nein! Was machen die da? Hört sofort auf damit! Nein! Gut gemacht! Lass uns gehen! Du hast es geschafft! Wir brauchen diese Pause! Ihr rädelt nirgendwohin! Oh, Kettnipp ist hier! Oh, ihr könnt den Clown des Schicksals nicht entkommen! Nein! Nein! Er ist viel schneller als wir! Wir müssen einen Weg finden, um ihn aufzuhalten! Die Leuchtkugeln funktionieren vielleicht nicht bei ihm, aber sie werden die Critters verlangsamt! Vorsichtig! Hört mir! Wir sind bereit! Das werden sie nicht erwarten! Komm schon, Doc Dake! Hilf mir! Bitte! Spieler! Bitte, bitte, lass ihn richtig mitnehmen! Ich schaffe das! Du gehst nirgendwo hin! Wir haben nicht viel Zeit! Geh einfach! Was? Das mache ich nicht! Das ist es! Der Hexler wird uns helfen! Ich werde ihn holen! Jetzt! Auf Wiedersehen! Komm her! Hat dich dein Freund im Stich gelassen? Nein! Na gut, Zeit für dein Ende! Bleib weg von mir! Spieler! Oh nein! Lass ihn los, Kettnipp! Bras, machst du da! Entschuldigung! Lass uns gehen! Du entlaufst, dass du gehst! Du hast mich schon wieder gerettet, Doc Dake! Ah! Pass auf! Da kommt jemand! Die Spielzeit ist vorbei! Die Stunde der Freude kommt als nächstes! Kerstner, bitte! Hör auf damit! Wie, was mit nein? Ah! Ah! Kommt her, ihr Rotten! Was? Ich stehe fest! Hilf mir raus! Der Hexler! Gut gemacht! Danke! Du weißt, was zu tun ist! Ja, ich mach es! Hurra! Nein, das ist Wahnsinn! Das könnt ihr nicht mit mir machen, ihr Narren! Schaltet es sofort aus! Ich glaube nicht, dass wir die noch gehorchen! Ihr werdet dafür bezahlen in dieser Welt und eine andere nicht stören! Es sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft! Oh, ich hätte es fast vergessen! Ich habe ein Geschenk für dich, Kleiner! Du hast meine Beine gefunden! Das ist fantastisch, Doc Day! Danke! Kein Problem, Kumpel! Und einschalten! Nicht in meiner Obhut, junger Mann! Wie ist das überhaupt möglich? Niemand kann meinen Unterricht verlassen, bevor ich es sage! Verstanden? Meine Batterie? Das habe ich nicht erwartet, aber ich nehme es! Schmeiß, junger Mann! Tu mir nichts! Was? Ich schaffe es nicht, mich zu bewegen! Eje, Mine, ich glaube, dieser Roboter ist kaputt! Egal! Was war das für ein Geräusch? Unmöglich! Oh, sie ist immer noch dort! Habe ich mir wohl nur eingebildet! Ich bin nur einen Schritt näher dran, dich zu erledigen! Schönes Zimmer! Oh, was ist los? Nichts! Verfolgt sie mich etwa? Wie auch immer! Seltsam! Hey! Was machst du da? Ernsthaft? Niemand glaubt dir das! Was hat sie doch vor? Ja! Ja, Mine! Sie bewegt sich wirklich! Dann lass uns doch mal die Kraft der Elektrizität an ihrem Robo-Körper ausprobieren! Das ist unfair! Das ist immer ein Schocker! Ich hatte recht! Ich hatte recht! Sie hat mich verfolgt! Oh Mann, ich hoffe echt, das reicht! Ich kann endlich wieder gehen! Dieser Junge wird für alles bezahlen, was er getan hat! Wo soll ich? Bereit oder nicht? Hier kommt nicht! Ich habe gesagt, niemand kann vor mir entkommen! Sie ist verrückt! Was hat sie vor? Wo versteckst du dich, du kleine Ratte? Ich werde dich verschwinden lassen! Vorsicht! Komm raus! Ich habe dich gehört! Meine Rache wird süß sein! Was? Das war wirklich knapp! Wohin jetzt? Ich habe dich entdeckt! Dachtest du, du könntest mich täuschen? Na dann denk nochmal in der Hölle nach! Was? Das sind nur Luftballons! Recht, schwee weg! Ich habe die Batterie! Jetzt muss ich sie nur noch loswerden! Hör das! Los! Remini! Mein Kopf! Ah, richtig! Die Batterie! Du hörst mir gehören! Okay, du kannst das schaffen! Hi-ya! Gott sei Dank habe ich diese Arme! Hör auf damit! Nein! Ich komme näher! Wohin soll ich jetzt? Sieht aus, als wären sie alle verschlossen! Die Zeit ist um! Was? Oh nein! Sie kommen näher! Was soll ich jetzt nur tun? Alles, was ich noch tun kann, ist... Das ist es! Gefällt dir das, du Narenmonster? Du bist ernähdicht! ...meine ultimative Technik zu spüren bekommen! Feuer! Nein, warte! Brenn wie die Sonne! Was kann ich tun, um diesen Partner zu stoppen? Ein weiterer Sieg für den Spieler! Ich muss jetzt gehen! Das ist der Ausgang! Bitte, lass mich mehr aus! Ich brauche Wasser! Arme Roboter! Schätze, sie war leicht entzündlich! Aber wo soll ich die Batterie hinstellen? Das ist es! Genau dort! Endlich kann ich hier weg! Wow! Ist es das, was ich denke, dass es ist? Oh nein! Ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist! Komm schon! Bitte pass endlich! Oh nein! Ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist! Stopp! Ich bin zu jung hierfür! Trau dich bloß nicht, Nerz zu kommen! Na komm schon! Was ist los mit dieser Hand? Hey, Ebene! Geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Alles ist bereit! Also trau dich nicht, dich zu bewegen! Bin ich hier sicher? Hier bin ich! Heiliger Strohsack! Gibt es denn irgendeinen Weg, sie loszuwerden? Versuch bloß nichts Dummes, bevor ich diesen Punkt erreiche! Hörst du? Der Hebel! Oh, bleib weg von mir! Sieh nicht an diesem Hebel! Bitte! Meinst du den hier? Sprich dein letztes Gebet! Ich wollte den Nielas tun! Ich weiß, es muss einen Grund geben, warum du versuchst, mich zu erledigen! Aber das ist mir egal! Aush! Tschüss! Ich meine es wirklich so! Ich will überhaupt kein Bösewicht sein! Warum sollte ich dir vertrauen? Es stimmt! Jemand hat mich manipuliert, das zu tun! Wen meinst du? Alles ist Teil von Catnaps Plan! Er war gemein zu meinen Schwestern und hat mich bedroht, wenn ich seinen Befehlen nicht gehorche! Nein! Was hast du getan? Du bist ein böses Monsterkettner! Halt deinen Mund oder du bist die Nächste verstanden! Tu mir nichts! Nur wenn du diesen kleinen Mann erledigst! In Ordnung! Ich will ihn! Lebendig oder nicht! Und so bin ich hier gelandet! Aush! Diese Tür macht mich fertig! Oh, es tut mir leid! Lass mich dir helfen! So! Funktioniert das wirklich? Oh nein! Komm schon! Funktioniere! Was ist mein Ende? Nein, nein! Halte durch! Ich werde nichts zulasten, dass das passiert! Hörst du? Stopp! Catnaps für mich! Du kannst es schaffen! Komm mit mir! Es ist zu spät! Es ist zu spät! Nein! Das war alles meine Schuld! Es tut mir leid, Misty, leid! Es tut mir so leid! Was habe ich getan, um das zu verdienen? Hilfe! Hast du den Schrei gehört? Da! Wirdet ihr mich retten? Dafür sind wir hier! Los geht's! Ich dachte, ich würde zugrunde gehen! Oh nein! Es ist nicht zu spät! Es ist total! Nein! Lass sie los! Ich glaube nicht, dass wir hier mit Zeit für all das haben! Und es gefällt mir überhaupt nicht! Jetzt! Ich verließe gleich die Kontrolle! Cassie, nein! Es ist vorbei! Bereitet euch darauf vor, euch auf der anderen Seite zu treffen! Denn ich werde euch zerstören! Cassie! Wach auf! Du bist nicht so! Lass uns das herausfinden! Wach auf! Bleib weg von ihr! Aua! Das ist schlecht! Ich bin zu spät! Mein Kopf! Was ist passiert? Ich möchte bitte dich für immer verlassen! Das würde ich nie tun! Danke! Ich bin froh, dass am Ende alles gut gelaufen ist! Was ist passiert für euch? Das ist für euch! Das ist für euch! Unmöglich! Okay! Ich werde euch etwas Zeit verschaffen! Steht doch mal! Damit wirst du nicht davon kommen! Entschuldigung, aber ihr seid einfach zu langsam! Schneller! Dreht mir niemals den Rücken zu! Nein, ich bin allergisch gegen Volltreffer! Volltreffer! Mädels, wo seid ihr? Spieler hier! Ich bin nicht zu sehen, aber wir müssen uns beeilen! Du hast recht! Sie können nicht in den Kommen! Es sieht so aus, als hätten wir sie verloren! Gute Arbeit! Das glaube ich nicht! Sie haben uns gefangen! Oh nein! Nein! Ich werde nicht zulassen, dass du einem von uns was antust! Wett von Puppi! Okay, Kissi, du hast mich gerettet! Ratsommen jetzt vorher! Äh, zu Puppi nicht! Nein! Kissi! Zeit zum Schlafen, kleines Puppchen! Ist das alles, was ihr könnt? Geht mit dir! Und da! Das ist ein Werkzeug, das ich brauche! Wir müssen ihn aufhalten! Hab ich da was gehört, oder was? Verstanden! Glaubst du, ihr könnt mich täuschen? Das muss der Wind gewesen sein! Das ist unsere Chance! Hab ich da was gehört? Nichts anfassen! Ich weiß, ich weiß! Was hast du da gerade gesagt? Lauf! Ich wusste, ich bin nicht verrückt! Oh du, meine Schleichfertigkeiten können mich jetzt retten! Zeig dich! Ein Fehler und ich bin erledigt! Ich habe... Ruhe! Lass mich los! Spieler! Ja, was? War das Spielers Stimme? Das ist deine Schuld! Gut! Na, na, na! Wie geht es dir denn? Ziemlich genau! Entschuldigung! Jetzt wollen sie es erledigen! Ich bin sicher! Ich muss mich beeilen und Spieler helfen! Lendenkätzchen müde verbrennen! Die Beute gegessen ist... Da komme ich nicht durch! Ende des Weges! Nicht, wenn ich etwas dagegen tue! Da! Ich will alles deutlich machen! Mich frisst du nicht! Das lässt mir sehen! Ich habe heute genug von dir! Das ist egal! Wartet! Ich habe keine Zeit hierfür! Gut gemacht, Kräuters! Ich muss mich schneller bewegen! Du bist Marine! Bring mich nicht dazu, mein letztes Mittel zu benutzen! Darauf habe ich gewartet! Nein! Doch, sind wir wirklich, dass ich in Gefahr war? Wie schade für dich! Oh, das war ja peinlich! Du hast heute viele Arga verursacht, aber jetzt musst du dich schlafen! Ist das mein Ende? Nicht, solange ich hier bin! Kissi, Missi! Wie ist das überhaupt möglich? Ich bin hier, um dich aufzuhalten! Aber du warst doch in zwei Hälften gespalten! Bobby hat mich gerettet! Ich will dir immer helfen! Das werde dir büßen! Bis zum nächsten Mal! Was ist passiert? Geht es dir gut? Ganz wie neu! Kissi ist wieder in Ordnung und hat gegen Gabby gekämpft! Danke, dass du mir geholfen hast! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Hallo! Entschuldigung, dass ich zu spät bin! Guten Morgen, Doktor! Keine Sorge, du bist nur 30 Minuten zu spät? Erkläre das sofort! Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen! Setz dich, bevor ich dich dazu bringe! Sofort in Ordnung! Hey, Lehrer! Guten Morgen! Moment mal! Warum sitzen Sie hier? Das liegt daran, dass ich zu spät war! Ruhe im Klassenzimmer! Heute werden wir einen Trank herstellen, um Hagi wieder blau zu machen! Irgendwelche Fragen? Was ist das für ein Werms? Ich brauche, jeder hat sich nicht anpassen! Dark Souls macht Spaß! Dark Souls? Das nehme ich! Hey, gib das zurück! Ich meine... Es ist verboten, Spiele in meinem Unterricht zu spielen! Hey, was hast du mit meiner Konsole gemacht? Oh, ich habe im Unterricht nicht gut genug aufgepasst, um zu wissen, wie man die Farbe für Hagi erstellt! Oh Mann, die Farbe ist nicht blau! Habe ich bestanden? Das weiß ich nicht! Hast du... Natürlich nicht! Aber lass es mich weiter versuchen! Bitte! Das muss einfach funktionieren! Heiliger Stoßack! Was habe ich getan? Nein! Geh aus meinem Gesicht! Das ist das letzte Mal, dass ich neben mir sitze! Spinnen? Nein, ich brauche Hilfe! Keine Sorge, Lehrer! Ich helfe Ihnen dabei! Poppy, nein, warte! Es funktioniert nicht! Hör sofort auf damit, Insekt! Crafty, lass mich dir helfen! Danke! Was passiert hier? Das wird zu viel! Zum Glück habe ich, was wir brauchen! Hilft mich! Sechs bewegen! Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war... War Catnaps Rauch nicht rot? Heilige! Es tut mir leid! Du bist durchgefallen, junger Mann! Ich werde beim nächsten Mal härter lernen! Nette Sechs! Bist du es nicht? Entschuldigung! Na los! Bitte nicht, Miss! Aber was haben wir denn hier? Ein grüner Trank? Die beste Farbe der Welt wie ich! Arbeite schneller! Hör auf zu schreien! Oh je! Was grün, weil es säurer war! Du solltest darüber Bescheid wissen! Nicht genug gelernt! Keine Sorge! Ich kann es in nur einer Sekunde oder zwei reparieren! Es konnte jederzeit in die Luft fliegen! Schau dir ihr Gesicht an! Schau dir das Chaos an, das du mit diesem Trank angerichtet hast! Jetzt musst du stattdessen diesen probieren, junge Dame! Bedeutet das, dass ich bestanden habe? Nein, überhaupt nicht! Nun ja, wenigstens habe ich es versucht! Ich kann diesen Schlaf... Was ist jetzt passiert? Schlafen im Unterricht ist verboten! Gut zu wissen! Danke, Misty Leid! Ich gebe mein Bestes... Na, ist das okay? Wer macht den Test? Ich oder du? Das bin ich, ich weiß es! Jetzt macht euch bereit von dem besten Experiment, das diese Klasse je gesehen hat, verblieft zu sein! Oh, es ist eine Stunde gefreut, Kinder! Ich werde alle fressen! Wer ist der Erste? Oh ja, meine Mahlzeit! Einfach köstlich! Grüße! Ich habe schon immer davon geträumt, einen großen wie dich zu essen! Das ist nicht lustig! Jetzt wirst du das Problem lösen, das du verursacht hast! Aber wie? Überlass das mir! Oh, habe ich gewartet! Spuck ihn aus! So kurz! Los geht's! Nein, nein, warte! Ich möchte noch nicht ins Bett gehen! Das ist gut zu wissen, denn ich habe genau das, was ich brauche, um dich zu löschen! Wach auf, großer Lehrer! Aber Mama, ich möchte nicht zur Schule gehen! Ich werde dieses Verhalten nicht tolerieren! Wow! Was ist passiert? Mein Kopf tut weh! Nun, bin ich als nächstes dran? Haha, das ist ein Kinderspiel! Ich habe mein ganzes Leben lang studiert, um Lehrer zu werden! Das ist zu einfach für mich! Wach auf, kleiner Kumpel! Moment mal! Ungeheuerklig! Entschuldigung! Sie haben den Test nicht verstanden, Lehrer! So fühlt es sich also an! Was nun? Es ist Testzeit! Das ist so einfach wie das Mischen dieser beiden Farben! Ganz einfach! Wow, unglaublich! Ich fahre fort, aber nicht so schnell! Zeit, meine Fähigkeiten mit diesem neuen Kumpel zu verbessern! Jetzt seht ihr meine wahre Form! Was hast du getan? Ich habe genug von deinen Befehlen! Jetzt wirst du dafür bezahlen! Warte! Ich werde dich zerstören! Hilf mir! Nein, Miss! Ich helfe dir! Was machst du? Bereit zum Kampf? Lies deinen letzten Atem zu! Du bist nicht! Ich lasse nicht zu, dass du hier was tust! Keppler! Lass mich los! Ich habe ihn! Was? Du bist weit genug gekommen! Jetzt ist es vorbei für dich! Du frechst! Unmöglich! Wir haben es geschafft! Prototyp oder was auch immer! Auch du hast den Test nicht bestanden! Nein, ich werde zurückkommen! Miss, ich habe es geschafft! Er sieht hübschen blau aus! Herzlichen Glückwunsch, Stockday! Ausgezeichnet! Danke! Das riecht köstlich! Endlich im digitalen Zirkus! Jetzt muss ich nur noch Kane finden und seinen Zauberstab finden! Dann werde ich mächtig sein und auch... Hey! Du hast mein Essen ruiniert! Du hast so recht! Hier ist deine verdammte Mahlzeit! Das war gemein! Warum hast du das getan? Anselig! Und wir sind fertig! Danke, Papa! Es sieht so toll aus! Gerne doch, mein Sohn! Ich liebe dich! Habt ihr zufällig diesen Zauberstab gesehen? Ähm, ja! Wirklich? Er gehört Kane! Das weiß ich schon! Ich will nur wissen, wo zum Teufel er ist! Äh, Papa! Sie ist gemein und böse! Wie kannst du das wagen? Wir werden nichts verraten! Wenn ihr Ärger wollt, werdet ihr ihn jetzt bekommen! Seht ihr das? Also, was ist? Nein! Mein Haus! Du bist so ein... Oh, Junge! Komm her! Wir werden ein neues bauen, okay? Ja, das dachte ich auch! Hey, hast du Hunger? Was hast du im Sinn? Ich hab grad dran gedacht, dass ich was in den Ofen gesteckt habe! Warte drauf! Natürlich werde ich das! Was könnte es sein? Lass mal sehen! Fertig! Riecht gut! Er wird sie lieben! Ich kann fast den... Entschuldigung! Ich schwöre, ich konnte nicht langer... Würdest du einem hübschen, naiven Mädchen wie mir helfen? Vergiss es! Ich bin nicht Single! Dieser Narr! Hey! Aber ich kann dir eine Million Dollar geben, wenn du mir hilfst! Also, haben wir einen Deal? Okay! Was kann ich für dich tun? Ich frage mich, ob du etwas darüber weißt! Sicher! Der gehört Kane! Ich weiß! Ich will ihn haben! Dann musst du Kane finden! Machst du Witze? Nein! Es ist nur... Du solltest jede Tür überprüfen! Hältst du mich für dumm? Ich weiß, dass du... Hier ist es... Checks! Ich bin hier! Du wirst es bereuen, mir nicht geholfen zu haben! Sieh dir das an! Entschuldige für die Verspätung, aber ich muss... Oh, ha! Was? Was passiert hier? Wer ist dieser Quälgeist? Pomni! Das ist nicht das, wonach es aussieht! Sie hat nur versucht... Jetzt unbeweist diese... Aber das war... Hör nicht auf sie, Pomni! Sie ist eine... Er hat es nicht erwähnt! Das glaube ich nicht! Und er hat sogar miteinander geküsst! Bla, bla, bla! Er hat mir bereits einen Heiratsantrag gemacht! Du bist eine Lügnerin! Glaubst du wirklich, dass ein kleiner hässlicher Gantle eine Chance bei einem Mann wie Ina hat? Das ist alles, was du kannst heulen! Nein, nein, Pomni! Wie kannst du dir Liebe glauben? Sie ist eine Illusion! Mach dir keine Sorgen, Gingles, wird wie neu aussehen! Tada! Vielen Dank, Subel! Vielen Dank, Subel! Es sieht so toll aus! Endlich hab ich... Hallo, Mädels! Habt ihr zufällig diesen Zauberstab gesehen? Nein, ich hab keine Ahnung! Oh, der gehört Kane! Ich weiß, dass er ihm gehört! Und ich weiß, dass er bei ihm ist! Aber wo zum Teufel ist Kane? Ähm... Nun ja, ich hab deine Ahnung! Wirst du es mir also sagen? Er ist im digitalen Zirkus! Was? Seid ihr alle schwer vom Begriff hier? Hab ich etwas Falsches gesagt? Hey, beruhige dich, du erschreckst sie! Ah, verdammt! Meine Kommer, die Maske, zerbrech sie bitte nicht! Dann sag mir, wo genau Kane ist, oder ich werde es tun! Bitte nicht, ich brauche sie! Antworte mir! Nein, sag ihr nichts, Gängel! Sie ist nicht vertrauenswürdig! Oh, nun ja, aber meine Maske... Ich schwöre, ich werde damit ja die Collage machen! Sie droht nur! Nur, ähm... Okay, Kane ist in meiner Nähe! Der Würfel arbeitet mit Bubbles! Wirf bitte nicht meine Maske! Bitte! Gängel, nein! Vielen Dank! Jetzt werde ich meinen Teil erledigen! Was hast du gemacht? Meine Comedy-Maske! Wie kannst du nur? Du wirst dafür bezahlen! Na klar, mit digitalem Geld! Wo ist meine böse Schwester? Ich muss sie finden! Oh nein, da weint jemand! Lasst uns da hin! Geht wohl! Oh, Liebes! Was ist passiert? Deine Schwester hat mich an alle anderen geärgert! Oh Gott, ich bin zu spät! Weißt du, wo sie sein könnte? Nein! Lass es los! Hilfe! Wir kommen! Wir kommen! Ihr gehört mir! Lass es los! Nein! Lass es los! Ich bin nicht neugieriger! Nein! Bubbles! Oh nein, wir sind zu spät! Das stimmt! Jetzt kann ich die Welt erobern! Was? Ich befehle es dir jetzt zurückzugeben! Ich folge deinen verdammten Befehl nicht mehr! Schwester! Tun Sie euch nichts! Das würde ich nie tun! Ich werde euch nur verschwinden lassen! Nein! Nein! Das ist schmerzhaft! Unmöglich! Nicht schon wieder! Das reicht! Das war genug Gewalt, Prinzessin! Ich glaube nicht! Schau dir das an! Wow, das war nicht mal knapp! Du elende Hexe! Sieh, woraus ich gemacht bin! Was? Was ist das für ein Ding? Nimm das! Er ist stark! Du hättest dich niemals mit mir anlegen sollen! Das ist nicht viel! Halt deinen Mund oder... Oh, das ist nicht! Na je, Mini! Ich hatte einen Albtraum und dachte, ich wäre abstrahiert! Du hast mich gerettet! Trotz allem, was ich getan habe! Oh! Bitte, Machin! Ich werde dich niemals alleine lassen! Es tut mir leid für mein schlechtes Benehmen! Oh, sagt es nicht nur mir, sondern auch den anderen! Sie verdienen es auch! Würdet ihr mir vergeben? Ja, wir sind alle Familie! Hab dich nicht, Schwester!